der markt ist noch ein bisschen nach unten gegangen hat sich damit aber eigentlich in eine ganz gute position manövriert wir gucken uns noch mal den dax an und zwar gerne im vier stunden chart weil das bild da so schön zu erkennen ist oder wir können auch auf stunde wechseln haben ein bisschen mehr detail aber wir sehen das grobe noch was wir im wesentlichen sehen ist dass wir starken anstieg hatten mehr oder weniger unterbrochen von zwei pausen darüber habe ich gestern schon gesprochen und ihr wisst ja dass ich häufig sowas anzeichnen so kleine boxen hier so 38 20 50 61 8 das ist natürlich keine garantie dass der kurs da immer hinfällt aber ordentliche korrekturen und noch mal zur erinnerung korrekturen sehen gerne dreiwellig aus sind von vom ausmaß bezüglich der vorangegangenen starken bewegung sehr gerne irgendwo in diesem bereich das ist so eine kurve die ungefähr so aussieht keine sorge sie ist nicht normal verteilt das wäre zu schön aber irgendwie so dass der hauptbauch der größte anteil einer korrektur ungefähr hier liegt das wiederum lässt sich für uns nutzen um zu sagen hey wir sind doch in dieser kiste jetzt angekommen wir sind das sogar in einer typisch korrektiven art und weise nämlich dreiwellig das ist doch eigentlich eine ganz gute voraussetzung dass der kurs ab sofort naja das müssen wir gleich noch mal klären aber bald zumindest mal die eigentliche trendrichtung fortsetzt und die war ja nach oben also dass wir irgendwie sowas erwarten können die frage ist wann und da kann man natürlich gucken kann ich möglichst niedrig rein das müssen uns gleich auf kleinerer zeitebene angucken eine sehr einfache möglichkeit ist immer das zwischenhoch denn die korrektur ist ja definiert durch fallende hochs und fallende tiefs solange wir diesen mechanismus haben ist das offensichtlich ein abwärtstrend wenn wir das aber durchstoßen sprich hier nicht mehr fallende hochs haben dann wäre es ein anzeichen ein frühes aber ein mögliches zeichen dass die korrektur zu ende ist und dementsprechend die aufwärtsrichtung sich wieder fortsetzt das ist der grund warum ich diese marke hier sehr regelmäßig sehr gerne als einen möglichen trigger für die long seite eben sehe das ist hier vielleicht sogar ebenfalls der fall das könnte man sich mal vormerken als einen möglichen trade hier beim dax dass wenn wir diesen starken anstieg haben wenn wir doch diese abc korrektur nach unten haben spätestens mit bruch dieser marke eigentlich die erwartungshaltung ist da geht noch mehr also nicht nur so ein bisschen sondern man kann ungefähr sagen zumindest mal das was wir hier vorne haben also dieser teil diese bewegung die wir da haben die mindestens noch mal gerne auch mehr also das muss nicht aufhören aber dann haben wir zumindest mal ziele die ungefähr bei 3.000 13.000 13.000 was haben wir ziemlich genau 270 so in etwa jetzt sind das wären so die mindestziele mit chancen auch vielleicht sogar mehr wenn es eben nicht ebenfalls nur ein drei wähler wird sondern wenn es vielleicht sogar im großen ein fünf fälle aber das wissen wir natürlich jetzt noch nicht aber wir haben dann zumindest mal die tür aufgemacht für deutlich mehr hier in diesem fall also ich finde auf jeden fall ein eher positives bild was wir im moment haben allerdings der trigger liegt erst auf dem hoch was wir 11. juni 12 uhr mittags irgendwann hatten das ist in etwa bei 12.920 rund gesehen beim dax future also ihr seht das könnt ihr selber im 12.12 wenn ihr abweichende kontrakte habt abweichende preise selber verorten also das zwischenhoch von gestern mittag das wäre ein möglicher trigger aber muss man wirklich so lange warten kann man da nicht früher rein einige sind doch da jetzt frohe erwartung und sagen geht das denn nicht schon bitte jetzt nicht sagen oh das bild finde ich super dann gehe ich jetzt hier schon rein der muss ja drehen nie muss er nicht ich zeige euch mal ein blödes beispiel was nämlich ebenfalls geht hier war eine korrektur zack da macht er hier irgendwie eine korrektur und geht noch mal weiter runter ja ist ein bisschen klein klein jetzt hier mit überschneidung dann hier auch so zumindest mal wie es gezeichnet habe beziehungsweise noch ist es so halbwegs in ordnung das ist auch möglich aber dann würden wir ja hier auch nicht getriggert also das ist der grund warum diese trigger durchaus relevant sind oder realistisch als ein einstiegsszenario gewertet werden können weil sie dann eben sagen naja gut also jetzt ist dann irgendwie sowas nicht mehr so wahrscheinlich wenn wir da oben durchgehen naja das klingt logisch klingt einfach aber das ist eben typisches marktverhalten so gibt es eine andere möglichkeit hier vielleicht noch ein bisschen zeitnah reinzukommen das können wir uns mal angucken auf den kleineren ebenen fünf minuten chart machen wir mal ganz extrem also das hier ist die abwärtsbewegung noch mal die ich eben hier als drei weller so halbwegs reingezeichnet habe jetzt gucken wir uns das mal an selbst in fünf minuten chart hat man so ein bisschen den eindruck dass wir doch eigentlich eher die starke seite nach oben haben die schwache nach unten starke nach oben drei wellig nach unten hier vielleicht sogar beste voraussetzung also ihr seht schon dass auch das kurzfristige bild eigentlich eine ganz gute indikation dafür bietet dann allerdings sollte der kurs auch nicht mehr hier runter gehen das ist das tief was wir wann hatten wir das heute morgen um 9.30 in etwa bei rund 12.900 nein 12.635 so ungefähr bitte noch mal genau nachmessen das tue ich uns jetzt nicht an aber ihr seht diese marke beziehungsweise die 78er da drauf das muss ich noch mal kurz einzeichnen denn die kann ich natürlich nicht auswendig das heißt ich nehme den ersten anstieg wir wissen ja korrekturen gehen gerne in diesen bereich jetzt müsste man es noch richtig zeichnen es kann ein bisschen drüber kann ein bisschen drunter sein aber ungefähr in diesem bereich idealerweise drei wellig haben wir gesehen das heißt diese korrektur ist hinreichend groß für diese geschichte das heißt mein möglicher stop auch für eine frühe long überlegung zumindest mal der knicker meiner kleinen kurzfristigen long situation wäre 12.661 einfach die 78 6er marke dieses anstieges hier das halte ich für sehr 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 realistisch dass das ein sinnvoller trade ist den man hier machen kann das ist keine sichere bank im sinne von erfolg schon garantiert es ist etwas was aber typisches wissen jetzt wissen wir dass der markt sich gerne typisch verhält und so ungefähr zumindest mal seinen verhaltensmustern da folgt das ist nicht immer so aber wir haben ja noch zusätzlich den vorteil dass sich die ziele das können wir noch mal anders zeichnen die ziele ja zumindest eigentlich im kleinen wie auch ja im großen was wir angesprochen haben auf eine viel höhere art und weise eben ergeben so dass wir sagen können mensch da ist noch ein gutes crv was uns ebenfalls naja zugutekommt wenn der kurs sich tatsächlich entwickelt ihr seht also ich bin eher positiv zwar im großen würde ich diesen trigger noch abwarten wer im kleinen auch mal so intra der nachmittags der hat hier vielleicht einen frühen einstieg jetzt schon mit einer möglichen stop variante hier denn dann ist zumindest das kleine bild kaputt das große noch nicht der dürfte auch noch ein bisschen tiefer fallen na also ich würde mich noch nicht wundern wenn er auch noch mal hier einmal runter geht so wollte ja auch noch einmal fünf fällig solange er dann anschließend hier hoch da das zwischenhoch durchstößt bleibt diese idee nach wie vor gültig und man hat dann vielleicht auch im kleinen hier nochmal später die chance wenn diese nicht sich ergibt dann vielleicht diese dann entsprechend zu nutzen wenn man nicht so lange warten will so jetzt habe ich euch mehrere varianten angeboten viele fragen dann ja aber welche ist denn jetzt die beste ja das kann ich euch auch erst im nachhinein sagen alle allerdings erfüllen die logik des typischen marktumfeldes alle verhalten sich entsprechend dem was erwartbar ist und im einzelnen wissen wir nie welche variante die ist die jetzt kommt aber in der summe wissen wir dass dieses verhalten so typisch ist dass man so da kann ich mich schon mal daran orientieren einen kurzen ausflug nochmal nach amerika da sehen wir so ein bisschen eine ähnliche situation auch hier so beim dow jones so eine halbe dreiwelligkeit da wäre das nachmittags hoch hier bei 31.345 vielleicht interessant als ein möglicher trigger es wäre beim s&p ähnlich hier so eine mittlere triggermarke die wir hier haben bei 3887 in etwa ebenfalls ja das war eher so in der mittagszeit also gestern mittag nachmittag da müsste so nach zwischenhochs mal gucken beim nasdaq ist ein bisschen undurchsichtiger weil wir da so mehrere von diesen hochmarken haben aber 12.000 sollten wir auf jeden fall da auch noch überschritten haben für ein long szenario und bleiben wir abschließend vielleicht beim nasdaq hier seht ihr nochmal aufwärts stark abwärts schwach aufwärts stark abwärts na da ist nicht vielleicht so deutlich aber hier wieder aufwärts stark sehr wackelig aufwärts stark dreiwellig nach unten wenn ihr diese situation wenn ihr unterscheiden könnt ich mache es nochmal einmal groß das ist eine starke seite und das ist eine dreiwellige gegenseite das ist eine starke seite hier ist mehrwellig aber mit kursüberschneidung der gegenbewegung wenn ihr das seht auch hier jetzt hier dieses vielfach wackeln hier nach dem starken anstieg dann habt ihr eine idee in welche richtung der markt aktuell wohl sich noch bewegt ich würde mich eigentlich freuen wenn ich so einen anstieg sehe wenn er jetzt nochmal runter kommt und ihr könnt erahnen wie weit runter kommt ich mache mal die boxen je nachdem wo das hoch ist das weiß ich ja noch nicht also in abhängigkeit wir unterstellen mal das ist aber jetzt wirklich eine unterstellung bitte keine ankündigung nehmen wir mal an es bleibt bei dem hoch im moment würde ich das jetzt noch nicht so zeichnen wollen weil es kann ja sein dass er nächste minute noch so hoch geht dann müsste ich es von hier bis zur dem hoch zeichnen aber so wie es jetzt aktueller stand ist wäre das die entsprechende box für die klassische rücksetzerbewegung ist die dreiwellig dann ist das die vollständige korrektur der geschichte und die erwartungshaltung dass wir entsprechend nach oben weiter gehen ob ihr das dann im kleinen nochmal handeln wollt oder erst dann tatsächlich an diesen marken ihr seht auch beim nasdaq ist die situation grundsätzlich die gleiche und entsprechend anwendbar das klappt nicht immer aber die chancen dafür richtig zu liegen und die chancen dann deutlich mehr zu gewinnen als man dann zu riskieren hat also das crv in dem fall nehme ich einfach nur durch die zumindest mal grobe abschätzung dass wir das gleiche nochmal bekommen wie in der ersten welle ist das die erste welle weil der kurs von oben kam ist das die zweite welle ist die korrektur dann ist die dritte welle so ähnlich lang oder vielleicht sogar deutlich länger also das sind orientierungspunkte mit denen man aus meiner sicht durchaus was anfangen kann ich habe euch ein paar marken genannt schaut euch selber mal den chart an ich will euch den spaß am selber gucken ja nicht verderben jetzt habt ihr so ein bisschen eine idee worauf ihr da gucken könnt ich drücke euch die daumen dass ihr da auf der richtigen seite seid und sage euch alles gute und liebe grüße und liebe grüße